um ach schade so hallo da sind wir wieder devil let's play mit einem neuen ja mit einem neuen projekt würde ich jetzt mal sagen um transformers von stein von online der multiplayer modus ja natürlich mit dabei der tibos an richtig das haben sie total gut festgestellt dass ich da auch mit dabei bin und Jess Fähigkeit zur Improvisation und zur Anpassung an jedes Kampfszenario macht ihn zu einem der stärksten Autobotkämpfer ok kannst weitermachen wer vorher hinsieht springt vielleicht nicht Air Raid die Zerstörung ok wir nehmen jetzt mal den Wissenschaftler 3 mit einmal der Orbitalpistole und den Ausrüstungsschredder den habe ich auch drauf stell dir vor erst mal aus dem Kampf und geschehen ein bisschen weg wo 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 da kriegt da kriegt man am Spawn wieder dick einen auf dem Bessel alter dieser real man dann war der Gegner jetzt schon dick auf den Sack oh da bin ich nochmal entkommen lol oh jetzt müsste ich nochmal nach ähm wenn er kommt auch geil und was ist das hier Tempo oder ok schnell war ein junger ja welche Klasse spielst du gerade wissenschaftler ja oh man wüsstest du wo es hier äh links gibt ach gekillt um die Ecke und gleicher mit dem Schredder gekillte ja ja den hab ich schon vorher angefragt oh Penner ah da backe ich rum weil mir einer zwischen die Füße fährt puh treff keinen mit dem Ausrüstungsschredder oh nein da sind wir gestorben und mein Körper fliegt ja lustig herum also ich finde Transformers Fall of Psyratron ist ein sehr gutes Spiel wie findest du das? ich bin zweiter in Ernst ich bin sogar vor dir ich hab so einen Kill mehr als du ja toll ich hatte Lowlife und hab grad irgendwas geblüht ja man scheiß Titanfurzi wir nehmen den Infidrator 2 als ich boah Lorenzo ich hasse dich immer den ersten Wissenschaftler das ist Doppler 1 und mein geiles Touret hat erstmal einen schönen Key gemacht und ich hab auch noch die Spaßbremse gekriegt weil du auch eine Bill und ein hübscher Assist und ein Doppel Assist Johor Eification in deinem seine deine vor die 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 du das die 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 und den Infiltrator auch gleich mal also ich stelle damit auch eigentlich war das eine DEC vor das mit dem Dino Bord ich habe mir natürlich beide DEC gekauft also es gibt eigentlich drei Miet 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 das sind ja eher die Läder in den Hohen als er die Kämpfer dazu was weiß ich das sind ein Karte also Trommers ist eigentlich hier ist es mehr also man kriegt nicht so viele und eine drei Jahre bis Fünfer oder siebener ab da neuner zehner Abschluss Serie ist schon ziemlich schwer zu bekommen ja das ist ein CRD nicht so das ist da viel einfacher und derzeit Störer hat einfach so scheißen die Leben ne der Titan war da boi Junge wie viel hält halten die denn aus ey die Fresse Titane Titan Titan ist schon richtig oder stilt er mir den kill kleines necks doch bunte ist doch gut na und aber trotzdem bin ich auch okay ich habe noch irgendeinen kill gekriegt lol ich habe sie mit einem Schuss getötet ja du bist ein scheiß Dealer ey wieso also bin ich denn jetzt der scheiß Dealer was hast du denn? weil ich den angehitet hab auch was denn angehitet mein Gott oh ich habe gegen einen Infiltrator überlebt ohne ein Leben zu verlieren oh böse go 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 Johnny go 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 Johnny go dieee ah oh Scheiße, wir haben sogar noch verloren. So, das war's und ja, die nächste Folge. Ich hab immer noch 11.850, egal. Ja, bis nächstes Mal, ciao.